Ich kann einfach nicht ohne dich leben, du bist die einzig wahre, ich brauche dich, was würde ich nur ohne dich tun, wie kann es sein, dass du mich verlässt, wir können das doch irgendwie hinbiegen, du bist die Beste, die es gibt, ich weiß, wir können das schaffen. All so eine dumme Scheiße habe ich schon gehört und lese ich immer wieder und höre ich immer wieder mit solchen Texten zu irgendwelchen Frauen, die einfach sagen, nee, ich fühle es einfach nicht mehr oder ich muss erst mal herausfinden, was ich will. All das sind Dinge, die sie sagt, weil sie einfach keinen Bock mehr auf dich hat und der Grund, warum sie keinen Bock mehr auf dich hat, ist nicht, weil sie ein böser Mensch ist, weil ich weiß, dass du am liebsten die ganze Zeit nur über sie reden würdest, du würdest am liebsten den ganzen Tag lang nur über sie reden und wie böse sie ist und wie gemein sie ist und was sie alles getan hat, weil du sie nicht aus deinem Kopf kriegst und weil sie das Einzige ist, was in deinem verdammten Kopf gespeichert ist. Sie ist das Nonplusultra. Ohne sie kannst du gar nicht mehr leben, ohne sie geht es gar nicht mehr. Aber all das, all diese Muster hast du nur, weil du gewisse Komplexe hast, verstehst du? Diese Komplexe hat aber nicht sie, sondern die hast ja du und du kannst diese Komplexe nicht lösen, indem du sie reparierst oder sie wiederbekommst, sondern diese Probleme musst du ja bei dir lösen, mit dir. Anders funktioniert das ja nicht. Ich meine, du sagst ja auch nicht, ich will mein Auto reparieren und du reparierst dann den Kühlschrank. Macht ja auch keinen Sinn. Wäre ja auch unlogisch, weil wenn du etwas reparieren willst, was kaputt ist, dann musst du es da reparieren, wo es kaputt ist. Wo ist es kaputt? Bei dir. Also was sind denn das für Muster, die du da hast, die dafür sorgen, dass du verdammt nochmal bedürftiger bist als ein kleines Baby, was nach Mamas Busen schreibt? Als allererstes dein verdammtes Helfer-Syndrom. Dass du die ganze Zeit glaubst, dass sie dich bräuchte und dass du sie retten musst und dass sie unbedingt deine Hilfe braucht und dass du für alles zuständig bist. Du musst einfach folgende Sache begreifen. Menschen wollen keine Hilfe. Stell dir mal vor, jemand springt aus dem Fenster und du fängst diese Person auf. Was denkst du, wird dann passieren? Die wird sich denken, hey, weißt du was, ich gehe nochmal rein und dann springe ich nochmal. Let's go. Du wirst merken, dass wenn du Menschen hilfst, sie sich irgendwann einfach nur auf dich verlassen, dann hast du doppelt so viele Probleme. Nicht nur deine, sondern auch noch deren Probleme. Die willst du nicht. Menschen müssen selber lernen. Lass die Menschen fallen. Und wenn sie aufklatschen, merken sie, oh, das war eine dumme Idee. Und dann, wenn sie schlau genug sind, lernen sie daraus. Wenn nicht, lass sie in ihrer Dummheit weiterleben. Geh einfach und such dir eine andere Frau, die nicht so dumm ist. Aber das ist dein Problem. Du verliebst dich in eine Frau und denkst dir, oh, ich muss sie verhindern und retten und dann wird alles wieder wundervoll. Geh einfach und such dir eine andere. Nein, aber sie ist die Einzige, die ich will. Ich liebe sie über alles. Ich brauche sie unbedingt. Das ist Bullshit. Es gibt nicht die Eine und Einzige. Das alles sind emotionale Komplexe. Ich verspreche dir, ich schwöre dir, löst du diese emotionalen Komplexe, hörst du auch auf zu glauben, dass sie die einzig wahre ist, in die du verliebt bist und die du unbedingt brauchst und ohne die du nicht leben kannst. Und wirst merken, dass das alles nur Bullshit und Illusion ist. Und alles nur Fantasie, die du dir selber eingespielt hast. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Romantik. Fantasie. Dir wurde Hollywood beigebracht. In all diesen verkackten Disney-Filmen ist das, was man lernt, dass da der Prinz ist und dann kommt er auf den Ball und dann kommt er vielleicht noch mit einem magischen Kürbis. Keine Ahnung, wie die Disney-Filme ablaufen. Aber du siehst dort, dass er irgendwie dort vorbeikommt und sie sieht ihn und er ist der super nette Typ und dann verlieben sie sich und dann reiten sie gemeinsam in den Sonnenuntergang. Das heißt also, du hast den fatalen Fehler gemacht, zu glauben, dass dein Leben ein Disney-Film ist. Disney ist gezeichnet, das ist nicht echt. Realitätscheck. Nicht echt. Okay, das Ganze ist nicht echt. Du bist echt, das ist nicht echt. Das ist gemalt. Das haben Menschen, die echt sind, gemalt in nicht echt und dann daraus einen Film gemacht. Und das, was in diesem Film ist, ist ebenfalls nur Bullshit, weil es dazu gemacht ist, spannend und interessant zu sein. Und das Leben ist nicht immer so spannend und interessant wie in Filmen. Das ist auch ein Realitätscheck. Das muss ich jetzt leider sagen. Das heißt also, ganz wichtig für dich, ganz wichtig, das ist nicht echt und dein Leben ist nicht Disney. Du hast auch keine Superkräfte, also versuch nicht, irgendwie irgendwas abzufeiern aus deinen Händen. Das funktioniert nicht, ja. Du bist nicht Marvel, du bist nicht Disney, du bist auch nicht sonst nichts. Du bist einfach ein Typ in der echten Welt mit echten Sachen und echten Frauen und echten Männern und echten Problemen. Das dritte dann ist Mutterkomplex. Das heißt also, dass du dieser Frau Mama siehst. Dass du glaubst, dass sie alles für dich tun muss, so wie Mama es tut. Dass sie dich so behandeln muss, wie Mama es tut. Vielleicht hat Mama alles für dich getan. Vielleicht hat sie den Popo abgewischt. Nun erwartest du es plötzlich auch von ihr. Du erwartest, dass sie sofort antwortet. Du erwartest, dass sie sofort da ist. Du erwartest, dass sie sofort alles für dich erledigt. Wenn du kleiner, narzisstischer, verwöhner Bubi bist, dem alles schön in den Popo geschoben wurde. Und dadurch, dass dir alles in den Popo geschoben wurde, willst du nun, dass sie dir auch alles in den Popo reinschiebt. Verstehst du? Aber das machen wir nicht. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut, irgendetwas in den Popo reingeschoben zu bekommen. Du solltest das nicht machen. Verstehe einfach bitte eine Sache. Sie ist nicht deine Mutter. Sie ist eine Frau. Irgendeine Frau da draußen. Denn das ist auch der Grund dafür, dass du sie auf ein verdammtes Podest stellst. Denn Mama war immer hier für dich. Automatisch ist sie auch hier für dich. Hey Mama, tu alles für mich bitte. Ich will meine... Und so benimmst du dich dann auch. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Aber wie soll diese Frau heiß auf dich werden, wenn du dich wie ein kleines Kind benimmst? Das ist doch krank. Okay? Das ist einfach nur sick. Und damit kommen wir auch zum vierten Punkt. Angst vor Ablehnung. Eben wegen diesen Komplexen. Das heißt also, wenn Mama nicht eine Mutter war, die dir alles gegeben hat und alles für dich erledigt hat und sich um alles gekümmert hat, dein Zimmer aufgeräumt hat, deine Wäsche gemacht hat und dir immer liebe Worte zugefüstert hat, gute Nachgeschichten erzählt hat, dann ist sie vielleicht eine Mama gewesen, die dich oft abgelehnt hat. Und was passiert nun? Du hast Angst, abgelehnt zu werden. Du bist an einem Punkt, wo du draußen lauter Frauen siehst, aber nicht auf sie zugehst, weil du denkst, oh nein, wenn ich von ihnen abgelehnt werde, dann kommt meine ganzen verdammten Traumata von damals hoch und dann sehe ich auch noch meine Mutter vor Augen, die mich ablehnt und das will ich alles nicht haben. Das heißt also, dass ebenfalls etwas, was du begreifen musst, diese ganze Angst vor Ablehnung kommt aus einem massiven Ego aus der Kindheit, nicht abgelehnt zu werden, gut genug zu sein, ausreichend zu sein. Du traust dich nicht, auf andere Menschen zuzugehen, weil wenn du es tun würdest, würden sie dir zeigen, dass du nicht gut genug bist, weil du es einfach nicht draufpasst, weil du in deinem Leben nie dafür gesorgt hast, dass du dir die Skills aufbaust, um angenommen zu werden oder interessant zu sein. Und das ist der Teufelskreis. Aber du kannst da ausbrechen, indem du einfach damit aufhörst und einfach verstehst, weißt du was, ich habe Bock auf Ablehnung. Das ist eine Herausforderung für mich. Ich gehe los und ich lasse mich ablehnen. Ich bin der Ablehnungskönig, der Ablehnungsking. Ich habe heute schon 5.667,85 Ablehnungen gesammelt und ich werde noch mehr sammeln. Gar kein Problem. Warum? Weil Ablehnungen immer einen Schritt vorwärts sind. Fehler sind keine Fehler, Fehler sind Erfahrungen. Ich liebe Fehler, lass mich mehr Fehler machen. Wer hat mehr Fehler? Gib mir mehr Fehler. Wenn du das tust, dein Mindset änderst, diese Synapsen dort neu verbindest, wirst du merken, dann wirst du merken, mein Freund, mein Bruder, dann wirst du merken, dass du dein Leben verändern wirst. Massivst. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und der nächste Punkt ist absolutes Kontrollbedürfnis. Das heißt also, Eifersucht, Zwang, wenn du tief im Inneren extrem unsicher bist, dann wirst du versuchen, die andere Person zu kontrollieren, zu dominieren, ihr alles wegzunehmen, sie irgendwie in eine Abhängigkeit zu bringen, irgendwie dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr rausgeht, irgendwelche Befehle geben, irgendetwas komplett geistig Verwirrtes machen wie das, um dafür zu sorgen, dass du bloß ruhig schlafen kannst, weil du tief im Inneren extrem ängstlich bist. Das bedeutet also, wenn du massiven Kontrollwahn verspürst, verstehe immer, woher es kommt. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du dir dieses Video überhaupt angucken konntest, mir zuhören konntest. Denn wenn du so jemand bist und mir zuhören kannst, dann bist du einer unter sehr, 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 sehr wenigen Menschen da draußen. Und wenn du dann auch noch daraus lernst, dann gehörst du wahrscheinlich zu den 0,0001% da draußen, die endlich mal was aus sich machen. Das heißt, das, was ich dir jetzt mitgeben will, ist folgendes. Wenn du Kontrollwahn hast, dann weil du tief im Inneren so heftig, so heftig in die Hose gemacht hast, so krass in die Hose gemacht hast, dass du nicht gut genug bist oder dass du nicht ausreichst oder dass du es nicht wert bist, angehört zu werden oder dass du nicht liebenswert bist oder was auch immer, dass du jetzt versuchst, die ganze Welt unter Kontrolle zu bringen. Das machen ja die meisten Menschen da draußen. Sie sind unzufrieden mit sich selbst, sie sind vielleicht übergewichtig oder sonstiges und jetzt sagen sie der ganzen Welt, oder irgendwelche anderen Sachen. Ich bin nicht gut genug, jetzt müsst ihr euch verändern, lieber zu mir sein. Ihr verdammten Opfer. Wie wäre es, wenn ihr einfach aufhört zu heulen, okay, habe ich es richtig gehalten, und euch endlich zwei handelsübliche Eier im Rewe-Markt besorgt, um sie dort zu platzieren, wo sie hingehören. Das wäre mir eine große Freude. In dem Sinne, Champ, nochmal zusammengefasst, Helfer-Syndrom, Mutterkomplex, Angst vor Ablehnung, Romantik und Kontrollbedürfnis, okay, Kontrollwahn. Wenn du diese Zeichen aufweist, dann verstehe, woher es kommt. All diese Dinge kommen aus komplexen Mustern aus der Kindheit. Emotionale Muster. Diese emotionalen Muster lassen sich nicht da draußen lösen. Du kannst jetzt die ganze Zeit rumlaufen und versuchen, die ganze Welt zu verändern. Aber es wird sich nicht ändern. Es bringt dir nichts, draußen aufzuräumen, verstehst du? Es bringt dir nichts. Wo ist da der verdammte Sinn? Es stinkt bei dir zu Hause, räum bei dir zu Hause auf. Geh nach Hause, räum den Müll auf, es wird nicht mehr stinken. Und lass den Nachbarn in Ruhe. Ich schwöre dir, das ist das Beste, was du machen kannst. Verspreche ich dir, hoch und heilig. Und dann wirst du merken, wie geil dein Leben ist. In dem Sinne, nur das Beste von ganzem Herzen. Wenn du wissen willst, wie du das Ganze umsetzen kannst, du findest den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, du geile Sau. Let's fucking go. Action. Vorwärts. Power. 4 Untertitelung des ZDF, 2020